Guten Morgen meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Petticoat-Dienstag. Mein Name ist Vanessa Benz und ich hoffe von Herzen, dass ihr euren Sommer genießt, dass ihr Zeit mit eurer Familie genießen könnt und ich hoffe ganz generell, dass es euch gut geht. Da wir noch am Anfang unserer gemeinsamen Reise stehen, möchte ich nochmals auf den Sinn der Petticoat Revolution kommen. In meinem Video Was ist die Petticoat Revolution? gehe ich bereits auf die Idee hinter meiner Online-Plattform ein. Mir ist aber wichtig zu betonen, dass es mir nicht darum geht, euch mit Dingen vollzumüllen, die ihr tun müsst, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. So wie diese ganzen Tipps, die man vor allem auf Facebook und in Zeitschriften findet, so von wegen mit diesen sieben Dingen wirst du garantiert 20 Kilos in der nächsten Woche abnehmen, gleichzeitig noch deinen Traum anfinden und nie mehr an Selbstzweifeln leiden. Nein, nein, ich will euch mit meinen Blogartikeln und den Videos dazu anregen, über gewisse Themen nachzudenken. Wie sieht das bei euch im Leben aus? Kennt ihr die Situation auch oder beschäftigt euch das Thema gar nicht oder schon seit 20 Jahren? Denn nur wenn wir uns die Zeit nehmen und gewisse Bereiche im Leben genau anschauen, können wir merken, dass etwas nicht stimmt oder fehlt oder schmerzt. Und erst dann können wir uns einen Plan überlegen und ins Handeln kommen. Und parallel dazu gebe ich die sogenannten Petticoat-Tipps. Das sind so kleine Coaching-Schubser, die euch bestimmt weiterbringen. Und es freut mich sehr, euch heute anzukündigen, dass ich ein Geschenk für euch habe. Nämlich den ersten Petticoat-Kurs zum Thema Morgenroutine, den ich euch kostenlos zur Verfügung stelle. Am 20. August geht's los. Am besten traut ihr euch auf der Webseite Petticoat Revolution in meinen Newsletter ein, damit ihr weder den Kurs noch sonstige Petticoat-News verpasst. Hauptsache, Mütter, ihr rockt euer Leben. Ich glaube an euch und euer Potenzial. Ich glaube an euch, nicht für euch, nicht für euch. Ich bin fürs Z Christine. Vielen Dank.